Hört mir zu, wir wurden unterdrückt. Doch jetzt erheben wir uns. Wir alle werden sie vernichten. Fällt alle Bäume, vernichtet jeden Strahl. Wir werden denen zeigen, dass zuletzt die Dunkelheit siegt. Oh Mann, der Chef kommt schnell ausmachen, der darf ich mich nicht erwischen. Tom, du wurdest unter hunderten Weltraumspezialisten ausgewählt, aber auch nicht in mir zu tanzen. Der Musikleidenschaft kann es doch auf der Erde nachgehen. Mach dich auf den Weg zur Patrouille. Heute solltest du ja neue Gestanzproben nehmen. Schon unterwegs. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Das muss ich sofort dem Chef berichten. Hallo Leute, die Daxos haben alle Bäume gefällt. Die Sauerstoffproduktion ist zum Erliegen gekommen. Die Mission Future Pendel ist gescheitert. Hallo Boss. Ich freue mich, Ihnen zu vermelden, dass an der Baustelle alles seinen Gang geht. Bald werden wir den Planeten so weit haben, ihn auf die Sonne lenken zu können. Hier vorne fährt unser Trakt die Erde raus. Es freut mich sehr, das zu hören. Wann werden wir fertig sein? Ich schätze so in zwei, drei Stunden. Hallo Pilot. Ich sehe gerade auf meinem Pad, dass Pusherpläne von deiner Umlaufbahn abgewichen ist. Es scheint etwas schwerwiegendes zu sein. Fliegen Sie mich bitte ins Verteidigungsministerium. Ich heiße Sie herzlich willkommen in unserem Ministerium. Ja, der Chef erwartet Sie schon. Gut, führen Sie mich zu ihm. Hallo, hallo. Kennen Sie diese Personen? Warum denn? Wir glauben, Sie haben etwas mit der Abweichung von Pusherpläne zu tun. Pusherpläne treibt immer weiter auf die Sonne zu, aber wir wissen nicht warum. Aber ich glaube, ich habe die Lösung. Die Darkstas lieben die Dunkelheit. Sie versuchen, Future Planet so auf die Sonne zu lenken, dass Future Planet, dass die Sonne explodiert. Aber wir werden das nicht zulassen. Naja, endlich aussteigen. Los Männer, hinter den Hügel. Was ist eigentlich los? Die Darkstas versuchen, Future Planet auf die Sonne zu lenken, sodass die Sonne explodiert und es für ewig Dunkelheit herrscht. Wir müssen das verhindern. Da unten steht eine Wache. Wir kommen an ihr nicht vorbei. Aber ich kann euch helfen. Nein, tu das nicht. Doch, ich werde es tun. Für die Mission. Den Hügel hinunter. Wegen ihm haben wir unseren Minister verloren. Achtung, Auto, lasst uns zucken. Docken, weiter runter. Jetzt, an die Wand. Was? Wieso du? Als ich in das Loch gestürzt bin, ist mir klar geworden, dass die Darkstas den richtigen Weg gehen. Also, habe ich ihnen verraten, wo ihr seid. Jetzt in das Loch da. Los, geht in das Loch. Runter. Was willst du jetzt unternehmen? Ich habe noch eine kleine Kapsel. Vergrabt euch, verbuddelt euch. Wir können das schaffen. Achtung, weg da. Zur Seite, zur Seite. Du auch, runter, verbuddelt dich, verbuddelt dich. Die anderen müssen jetzt aber abgelenkt sein. Verbuddelt euch. Verbuddelt euch. Oh, ist das eine enorme Rauchentwicklung. So. Jetzt. Riecht aus dem Loch. Halte dich am Seil fest. So. Komm, hier runter. Gut so. Gut, dass wir da nicht drin waren. Los, jetzt stürzen wir uns auf die Wachen, schnappen uns ihre Waffen und attackieren dann die Station. Wir werden es schaffen, die Sonne zu retten. Los. Ihr noch da? Auf mein Kommando schießt ihr los. Gut. Ich stehe jetzt mit meinem Truck auf meiner Position. Ihr auch? Gut. Eins, zwei, drei. Action! Schnell, aussteigen! Alle aussteigen! Es ist ein Notfall. Es ist ein Notfall. Gut, ihr auch da hinten. Kommt alle raus. Gut, die anderen müssen auch sich nicht zeigen. Ergeben Sie mich! Hände hoch! Sie haben keine Chance! Hände hoch! Schnell rein da! Los! Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Es war uns eher eine Ehre. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Unter behalf! Los! . Musik Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Es war uns eher eine Ehre. Aber jetzt wird erstmal gefeiert.